Ja, es ist ein bisschen aus... Holy Spirit! Okay, ein bisschen schwieriger Bankier vielleicht. Ich trau ihn nicht. Keinem, der so angezogen ist. Also wenn ich jetzt mal einen Krawatte tragen würde, das wäre okay. Aber sonst ist es auch so gestohlen, dass die Videos verkaufen würden. Können Sie mir Ihre Krawatte leihen vielleicht? Okay, ich habe die Vereinigten Staaten ohne Krawatte verlassen. Ich habe das einfach aus politischen Gründen getan. Ich bin jetzt ohne Krawatte gekommen. Das könnte ein sehr heiterer Abend werden. Eine wunderbare Zahnarzt. Haben Sie Angst vor dem Zahnarzt, Tom Hanks? Also vor kurzem, da habe ich ein Jahr bei einem Zahnarzt verbracht. Ich habe, let's just say, I had a lot of my teeth in the place. Sagen Sie mal, einige oder viele von der Zähne mussten ersetzt werden. Soll ich es mal so sagen. Ja, ich habe da also praktisch im Stuhl gesessen. Und wenn der jetzt hier anfängt, seine Bohrer zu testen, werde ich wahrscheinlich sagen, hey, das kenne ich hier. Das ist immer gut, wenn man sich ein paar Zähne ersetzen lässt. Blöd wird es, wenn man sich dann zu viele reinschrauben lässt. Da gibt es auch so ein paar Beispiele. Herzlichen Dank fürs Kommen, Dr. Griesbach und Tom Hanks, meine Damen und Herren.